hey internet und youtube ich habe mich umgezogen okay hier im smoking kein lsd mehr was muss ich tun ich habe vergessen töten exakt töten und chaos deswegen fahren wir genau zu irgendeiner station deric deric man to drive with them man man close the door man ah ja okay wunderbar das ist ein schnupftabak jeder erzählt scheiße über dich das solltest du überdenken die situation vielleicht ist da was dran ist klar verschütte nicht deinen schnupftabak mein freund ich fühle mich nicht zu gut über die energie pecky Nico, ich höre mein Bruder Derrick zu fragen, dass du ihn an den O'Malley trinkst. Ja, er hat. Was ist das Problem? O'Malley ist in der Regierung verabschiedet. Er hat mehr Protektion als der Mare. Er hat einen Truck mit einem Rauch in den Rollen. Auf der Applewhite in Alderney City. A Truck mit einem Rauch in den Rollen. Was habe ich mit ihm gemacht? Wer weiß? Der Convoi mit O'Malley in den hat muss durch die Booth Tunnel. Du gehst da erst und block die Straße mit deinem Truck. Ich komme von der Reine und block die Straße. Du gehst den Truck und gib mir einen Telefon. Entschuldigung, das ist das, was ich dir kann. Alright, Bruder. So. Habe ich das Recht, Bruder? Okay. Pfff. Selbstverständlich. Okay, Truck. Perfekt. Mitten im Raketenwerfahren. Das ist wunderbar. Go? Achso. Zuerst telefonieren. Don't drink and talk. Don't drink and talk. Don't drive and talk. Don't drink. Ja, auch das wäre richtig. Don't drink and drive and talk. Alright. I've got the truck. When we haven't blocked in, we take down the escort and make off with the prisoner. Why don't we just kill the fucker? They are dead. That's probably what Derek would have told you to do in a smacked out state. The problem is, he is the first one they talked to if that happened. We got to make this look like a prison break. Great. They are leaving the old cops shop now. Should be at the boot tunnel soon. Okay. Wir schaffen das. Blockiere dann. Natürlich. Okay. Einfach hinfahren. Das wird wohl kein Problem sein. Ich schaff das. Ganz schön. Oh Gott. Nicht auffallen. Das ist grün. Mama. Okay. Du. Bitte. Ich fahr den Truck. Ich kann hier nicht. Super Pursuit Mode. Es bleibt nur noch mal immer enemig. Okay. these board to put out. So, du. Oh Gott. in die Position Perfekt 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 Mit Ö Perfekt Hey buddy Guess what Buddy guess what Wartet, wartet, wartet Nein, 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 niemand muss in den Tunnel Verdammt nochmal Au One more, I see Got it Transporter, wunderbar, komm mal, go, 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 geh aus der Deckung Ja, spring, freu dich Bald hat das Jammer ein Ende, mein Freund Ich kann ja genau sagen, wann Was? Das will ich nicht No, 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 bist du eingestiegen? Oh Mann, wie soll ich denn hier durch? Ich bin tot Auf, lasst mich doch mal hier durch Sehr gut, keiner kommt den durch Das ist perfekt Hast du keinen Links, drei, okay Adios I'm free Oh, was ist denn hier los? Macht Platz Ja, ich muss hier durch Was erwartet hier? Oh, shit Ja, warum parkt ihr auch so blöd hier? Nicht meine Schuld Okay Jetzt wird alles gut Jetzt wird alles gut Nur keine Panik jetzt Oh, no, ich hätte nicht gedacht Okay What? Wer schießt denn hier? Seid ihr verrückt? Das war knapp, mein Freund Das ist eine hervorragende, brillante Idee Okay Lass mich nur hier umdrehen What is this? Okay Was für ein Marketing? Oh, no, die Bull Oh Gott, oh Gott Sie haben nichts gesehen, oder? Sie haben nichts gesehen? Mach noch ein Taxi Niemand interessiert sich für ein Taxi Entschuldigung Entschuldigung Gut Ja, weich ein bisschen aus, mein Freund Ist ja unerträglich Na, jetzt im Ernst, ernsthaft Ich wollte ausweichen Also Die wollten ausweichen Garne, da garne Ja, hupt alle, hupt alle Ist ja auch so einfach Einfach drauf Drücken, oder? Also ich habe das Gefühl Die fahren absichtlich in mich rein Jetzt mal ernsthaft Da kann noch was nicht passen Das sind die Cops Oh no, die haben einen Rettungsansatz Es tut mir sehr leid Er wird es wahrscheinlich nicht überleben Und lass mich die ganze Strecke Nicht dann nochmal fahren, okay Haha, Polizei Keine Ahnung, was hier hinten los Ist auch wie gesagt Na, der Verrückte Warum seid ihr so betrunken? Mord Ganz unauffällig Jetzt hier rein Siehst du nicht, dass ich hier Siehst du das nicht? Ja klar, und ich bin schuld, oder? Nussig Das ist perfekt Zufälligerweise, mein Freund Wohin? In Leftwood Ja, machen wir die Mission hier noch Komplett fertig So sieht es nämlich aus Ja, natürlich kommt ein Boot Oh, nein, ich bin nicht so weit Oh, nein, ich bin so weit Auch ein Weg, mein Freund Ja, genau, ich bin so weit Zum Beispiel, irgendwo die Cops will never find mich Niemand wird dich finden, wo du geht Schiff, ich weiß nicht, wer von euch oh mein gott hat keine ahnung das macht die ganze sache will lustiger wenn man jemanden die kippen runter stößt also nicht dass ich schon mal getan hätte es gibt so wenig kippen hier vor allem in binnenländern aber gut fünf meter brett zählt nicht warum fünf vier kapps nicht aufs zehn meter auf bin ich bekloppt kriege ja ohnmachtsanfälle das ne ab ja absolut was für eine wunderbare abkettung mord der herr oh man da stürzen wir beide runter mein freund was das sind doch nur höchstens fünf meter oder und schupps Ich bin ein glückliches Mann-Boys. Jetzt ist es Zeit für mich zu erzählen, wer hat euch das gemacht. Derrick McCreary. Er ist mein Bruder. Derrick? Aber er hat mich rausgebracht. Er ist der Grund, warum ich in diesem Ort beginnt mit. Also, du denkst, dass du ihn erzählst? Er ist mein Bruder, und Leute wie du ihn töten. Nico, fuhre dich, lieber Aiden. Aiden ist tot. Das ist der Ende eines Tages. Ich kann das Buch auf ein ganzes Mal aus meiner Vergangenheit jetzt, Nico. Danke. Vielleicht ist ein sauberer Bedeutung. Ein frisches Beginn. Glückwunsch zu dir. Was liegt hier? Holz. Exakt wie ich mir das gedacht habe. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Es ist das Buch. Schauzt hier. Okay. Vielen Dank.